Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Vielen Dank für dein Einschalten. Lass uns mal schauen, was hier so los ist, was die geistige Welt dir jetzt mit auf den Weg geben möchte. Welche Botschaft darf ich heute hier rausgeben? Mach dir bitte einmal bewusst, dass es eine allgemeine Legung ist. Schau daher bitte einmal, ob das Ganze hier überhaupt für dich passend und stimmig sein kann. Zweitens, Trägerwarnung ist möglich, mach es dir Herr auch bitte bewusst. Und drittens, zeigt sich hier irgendein Gegenüber. Dann kann es sein, dass die Rollen verdreht und vertauscht sind. Bedeutet, dass du dich selbst in diese Energie wiederfindest. So, jetzt ziehe ich eine Energiekarte. Was heißt ziehen? Aber ich lasse eine Energiekarte springen aus dem schamanischen Seelenorakel. Und möchte mal gerne wissen, welche Energien euch da draußen momentan unterstützen. Vielleicht auch sogar beschützen. Welche Energie zeigt sich dann hier im Kollektion? Oh. Dankeschön. Der Ghost Dance, der Wind und der Krieger des Lichtes. Oh. Das ist verdammt spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Der Ghost Dance. Also ich deute die Karten ja alle immer ein bisschen anders. Das wisst ihr, ja. Nicht nach Lehrbuch, sondern intuitiv. Natürlich muss ich im Groben wissen, was die Karten bedeuten, klar. Um die Impulse zu verstehen, die Energien. So. Hier ist es nun aber folgendermaßen. Hier tritt die geistige Welt an dich heran. Und das ist ein ganz bestimmter Bereich der geistigen Welt. Das ist das Jenseits. Hier hat jemand eine Botschaft aus dem Jenseits für dich. Der Ghost Dance steht für mich wie die jenseitige Welt. Und hier möchte jemand sprechen. Hier möchte etwas an dich herangetragen werden. Eine Information, eine Energie, die transportiert werden darf. Und mit dieser Energie, mit dieser Botschaft, mit dieser Information, die dich ereilen soll, die dich erreichen wird, soll etwas mit dir passieren, soll etwas mit dir geschehen. Und zwar das hier. Du bist hier der Krieger des Lichtes. Du sollst aufgrund einer ganz wichtigen Information, die an dich herangetragen werden soll, erstrahlen. Du sollst eine richtige Erleuchtung bekommen. Hier möchte dir jemand helfen. Hier soll Unterstützung auf dich zukommen. Aus der geistigen Welt. Und soll dich dahingehend unterstützen, etwas klarer zu erkennen, etwas klarer zu sehen. Hier geht es wirklich um eine eindeutige Sache, mit der du arbeiten darfst. Du sollst auch damit arbeiten. Etwas ist auf dem Weg zu dir, das du jetzt erfahren darfst. Es ist ganz, ganz wichtig. Und das hat hier vielleicht sogar mit deinem eigenen Potenzial zu tun. Etwas soll entfacht werden. Etwas soll glühen. Etwas soll scheinen. Shine your light. Etwas soll shine, etwas soll erstrahlen. Du sollst erstrahlen. In einer gewissen Angelegenheit. In einer Situation. Vielleicht in einem Projekt auch sogar. Was auch immer das hier jetzt für dich ist. Denn hier ist das Licht gedämmt. Und das soll aufhören. Es soll wieder angeknipst werden. Hier soll das volle Potenzial entfacht werden. Entschuldigung. Hier soll das volle Potenzial entfacht werden. Und das hat etwas damit zu tun, dass hier eine ganz, ganz wichtige Nachricht seitens der geistigen Welt auf dich zukommt. Oder vielleicht ist es auch sogar schon passiert. Die dich dahingehend wirklich ordentlich pusht, animiert, motiviert, weiterzumachen, weiterzugehen. Ja, an etwas zu glauben. An etwas zu glauben. Dass es hier vielleicht Dinge gibt, die man sich nicht erklären kann. Weißt du, wie ich das meine? Das kann auch sein. Krieg jetzt keinen Schreck. Das kann sein, dass ein lieber Verstorbener, der schon längst im Himmel ist, hier sich demnächst jetzt bei dir bald bemerkbar machen möchte. Und dann könntest du jetzt aufgrund dessen hier schon einmal vorgewornt sein. Hab aber keine Angst. Das ist etwas Positives. Denn man möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Man hat dir wirklich hier etwas zu erzählen. Hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da gilt es, keine Angst zu haben. Man möchte dir die Angst nehmen. Hab bitte keine Angst, wenn du es nicht kennst. Vertraue darauf, was passiert. Und lausch mal hin. Man flüstert dir etwas. Etwas wird dir zugetragen. Ein Flüstern. Etwas, das man in der Stille hört. Vielleicht meditierst du auch. Vielleicht stehst du auch in Kontakt mit deinen Ahnen. Dann könnte es dann auch sein, dass du hier demnächst bald für dich eine ganz, ganz wichtige Botschaft bekommst. Viele werden auch demnächst ein Medium konsultieren oder hatten schon ein Medium kontaktiert in Bezug auf einen Jenseitskontakt. Also hier sind spirituelle Botschaften drin. Und hier scheint es wirklich zu sein, als gäbe es hier eine wichtige Information, die rausgegeben werden muss. Es muss wirklich, weil es sehr dringend ist. Das soll etwas damit zu tun haben, dass es hier wirklich eine Angelegenheit ist, mit der du arbeiten wirst. Ganz, ganz wichtig hier. Oh, das ist echt spannend. Sehr, sehr spannend. Okay, lass es mal hier nicht lange rumfackeln. Ich möchte mal gerne wissen, worum es hier geht. Boah. Die sind aber steif. So, worum geht es denn hier? Es geht um dich selbst. Genau. Und am Kartendeck die Spiritualität selbst, das Universum. Die Sterne stehen wirklich für Medialität, Spiritualität. Spirituelle Botschaften, Erkenntnisse, Klarheiten, Wahrheiten. Das ist eine Schutzkarte. Die steht aber auch für Erfolg, Fülle. Also etwas sehr, sehr Positives. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, hier bestätigt sich das eigentlich auch nochmal, dass ihr wieder ganz, ganz viel Spiritualität mitgeht. So, und worum geht es denn hier jetzt eigentlich? Es geht hier wirklich um eine Hilfestellung, ja? Dir soll hier irgendwie Hilfe gegeben werden. Du hast um Hilfe gebeten. Du hast hier wirklich um Hilfe gebeten und bekommst jetzt hier ein klares Zeichen. Das ist ein klares Zeichen, dass dein Gebet, dein Stoßgebet gehört wurde und du wirst unterstützt. Du bekommst Hilfestellung geleistet. Worum geht es hier? Ja, du guckst in die Treppen rein, also in die Entscheidungen. Es geht hier um eine Entscheidung. Du weißt nicht, für welchen Weg du dich entscheiden sollst. Gehst du links, rechts, gehst du links lang, gehst du rechts lang. Du stehst hier vorm Scheideweg oder am Scheidepunkt. Du weißt einfach nicht mehr, wo gehst du jetzt lang. Wo sollst du überhaupt lang gehen? Du weißt ja einfach nicht, was du machen sollst. Du hast um ein Zeichen gebeten aus der lichten Welt. Du hast um Unterstützung gebeten von einem dir sehr nahestehenden Verstorbenen, der im Himmel schon angereist ist vor längerer Zeit. Und hier kommt nun deine erlösende Botschaft rein, deine erlösende Hilfestellung, dein Rat, dein Hinweis, welchen Weg du einschlagen könntest. Denn hier geht es nämlich auch bei dir um das Thema Vertrauen. Vertrauen scheint hier wirklich eine Thematik zu sein, ja. Und du weißt nicht, du weißt nicht, ob du hier auf irgendeine ganz bestimmte Situation vertrauen kannst, ja. Es geht auch wirklich darum, sich auch dafür zu öffnen, für einen Weg zu öffnen. Kannst du darauf vertrauen, ja oder nein? Wenn ich diesen Weg einschlage oder aber, du hast hier schon einen ganz bestimmten Weg vor Augen, bist aber am Zweifeln, ist es der richtige Weg, ja oder nein, dann bekommst du hier Hilfestellung aus der lichten geistigen Welt, die dir hier ein bisschen Input geben werden. Die dürfen dich natürlich nicht in deiner freien Entscheidung manipulieren und beeinflussen, nein, sondern dir einfach nur einen Impuls rausgeben. Was könnte sein, wenn du diesen Weg gehst? Oder was könnte sein, wenn du dich anderweitig entscheidest? Weißt du, wie ich das meine? Es geht dir bei dir wirklich etwas darum, hier auch publik zu machen, etwas öffentlich zu machen, vielleicht zu einer Thematik öffentlich zu stehen. Vielleicht geht es auch für dich selbst um das Thema der Spiritualität. Vielleicht hast du Angst, dich dazu zu bekennen, weil du einfach Angst davor hast, dass man dich irgendwie als Spinner abstempeln könnte. Das ist Quatsch. Erstens und zweitens gibt es nun mal Dinge, die man sich zwischen Himmel und Erde nicht erklären kann. Das ist so. So. Und nun geht es darum, dass du hier vertrauen kannst. Du sollst den Weg, den du vor Augen hast, du musst es irgendwie intuitiv schon spüren, ja. Du musst irgendwas fühlen, du sollst darauf vertrauen und dich dafür öffnen. Aber du bist halt noch unsicher und diese Unsicherheit soll dir genommen werden, weil etwas an dich herantransportiert wird, die dich in deiner Entscheidung erleuchten wird, ja. Du wirst hier irgendwie wie so ein, das kann hier ein Blitzgedanke sein, das kann eine Botschaft auf Traumebene sein, ne. Viele, die konsultieren ja auch wirklich ein Medium, eine Kartenlegerin oder Kartenleger, die dir helfen wird. Es wird dir hier sehr, sehr dienlich sein und das ist nichts Schlimmes. Einfach nur eine Hilfestellung, eine Unterstützung in einer sehr schwierigen Angelegenheit momentan für dich, weil du einfach nicht weißt, was los ist. Und wie gesagt, dein Stoßgebiet ist angekommen. Dein Zeichen kriegst du, du kriegst auch Antworten. Hör mal genau hin. Für viele wird es wirklich in den Abendstunden sein, vielleicht meditierst du auch. Geh mal in die Meditation, lausch mal auf deine Gedankengänge. Was kommt da rein? Welche Impulse kommen da rein, wenn du unsicher bist? Dann bitte auch um Zeichen. Du kannst hier wirklich um klare Zeichen bitten und du kannst es auch so definieren, dass es für dich eindeutig ist, sodass du das auch zuordnen kannst. Wahnsinn. Also du sollst hier ganz, ganz doll unterstützt werden. Dann ist es auch eine Herzensangelegenheit, dieses Verstorbenen, dich hier dahingehend auch zu begleiten. Weil etwas soll hier auch für dich erleichternd sein. Du sollst dich hier irgendwie erleichtern, erlösen. Es ist diese Unsicherheit, die dich hier echt zurückhält. Lass uns mal weiter gucken. Das scheint hier wohl mit absoluter Sicherheit so zu sein. Es geht hier wirklich mit Sicherheit um eine Entscheidung. Welchen Weg gehst du hier? Du stehst echt am Scheidepunkt. Du weißt nicht, wo du lang gehen sollst. Gehe ich links, gehe ich rechts. Wohin führt mich der Weg? Kann auch sein, dass du um Führung gebeten hast seitens deiner Geistführer. Da die sind auch an deiner Seite. Das muss hier jetzt nicht zwingend immer ein Angehöriger sein oder die Ahnen im Allgemeinen, sondern das kann hier jetzt jedes andere lichtvolle Wesen sein, dass du hier um Hilfe gebeten hast. Viele haben aufgestiegenen Meister konsultiert. Jesus, die Erzengel, geistige Führung, Krafttiere. Wer auch immer das hier jetzt für dich sein mag, wer auch immer für dich hier präsent ist. Du hast dich hier irgendwo eingekesselt. Ja, du ziehst dich hier raus, du ziehst dich zurück, weil du weißt, du musst hier eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist unausweichlich. Es geht darum, vielleicht hast du dich hier auch irgendwie zurückgezogen und möchtest du nur aus dem Rückzug raus und weißt halt nicht einfach. Das kann sein, dass es hier eine Angelegenheit ist oder dass es um eine Angelegenheit geht, sich hier für eine bestimmte Person zu öffnen, von der du dich hier zurückgezogen hast und weißt jetzt einfach nicht, ist es der richtige Weg, ja oder nein. Mit absoluter Sicherheit wirst du hier in deiner Entscheidung, wie auch diese aussehen mag, bestärkt, ja man wird dir hier helfen. Wie gesagt, man kann dir hier die Entscheidung selbst nicht abnehmen, aber man wird dir hier irgendeine Hilfestellung, einen Impuls rausgeben, dass es dir hier irgendwie leichter fällt, dass dir etwas leichter fällt. Ja, du eierst rum, du kommst da nicht raus, du eierst irgendwie rum, du rennst im Kreis. So, du darfst jetzt aber aus diesem Kreislauf raus, ne, weil das hält dich fest, das bringt dich in eine Stagnation rein. Das kann auch sein, dass du hier viele Menschen in deinem Umfeld hast, die du schon irgendwie um Rat gebeten hast und jeder sagt dir irgendwas anderes. Jetzt bist du erst recht verwirrt. In allererster Linie ist es immer wichtig, auf seine eigene Intuition zu hören, ja ganz wichtig. Wenn es halt nicht möglich ist, und so scheint es ja hier zu sein, hat man sich an die höheren Mächte, an die höheren Instanzen gewandt und um Hilfestellung gebeten, die wird kommen, ja. Die wird kommen, sodass du hier auch aus diesem Kreislauf, von dem du da umherirrst, raustreten kannst. Du sollst ja weitergehen, du sollst vorangehen. Das kann hier irgendwas mit einer Immobilie auch zu tun haben, ne, dass du da irgendwie nicht weiter weißt. Und dann gibt es hier irgendwie Clinch mit einer Behörde oder du musst dich hier mit einer Behörde auseinandersetzen und weißt halt einfach jetzt nicht, was du tun sollst, was du machen sollst. Ja, vielleicht geht es dir um eine Schlüsselübergabe, um eine Hausübergabe, Hausverkauf, irgendwie sowas. Wenn es das jetzt nicht ist, dann geht es dir einfach nur um dein eigenes Vertrauen, ne, um deine eigene Basis, ähm, weil du, ja, weil du unsicher bist. Du bist einfach nur verunsichert. Kannst du auf deine Intuition vertrauen, ja oder nein? Du bittest hier irgendwie um eine Art der Bestätigung. Ist das richtig, was ich mache? So, jetzt haben wir hier noch eine andere Dame. Das kann sein, dass das hier irgendwie im Zusammenhang mit einer anderen Frau steht. Diese Frau kann auch eine Dame aus deiner Familie sein, ja, eine Schwester, eine Cousine, eine Mutter, Oma, was auch immer. Ne, eine Freundin, eine Arbeitskollegin, eine Bekannte, was auch immer das jetzt sein mag. Oder aber eine Dame von einer Behörde, die hier irgendetwas regelt in Bezug auf den Hausverkauf oder die die Hand darüber hat. Also irgendwie geht es hier wirklich darum, Bestätigung zu bekommen. Und diese Bestätigung wird kommen. Hier kriegst du Input rein, ja. Du kriegst eine Antwort auf deine Frage. Für einige geht es hier darum, guckst du jetzt auf die zwischenmenschliche Ebene. Dann geht es hier auch darum, dass es hier irgendwie noch, also hast du ein Gegenüber, der hier irgendwie noch anderweitig angebunden ist. Dann kriegst du hier die Message rein, dass hier eine Trennung vollzogen worden ist. Ja, hier ist eine Trennung vollzogen worden. Man hat sich hier aber auch von dir distanziert. Erstens das, zweitens von einer anderen Frau, das muss jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, das kann auch ein Mann repräsentieren. Hat man sich getrennt. Man hat sich hier getrennt. Und vielleicht versucht man hier jetzt auch irgendwie auf Umwegen, den Kontakt zu dir zu suchen, den Kontakt zu dir aufzunehmen und aufzubauen. Und dein Gegenüber ist jetzt dementsprechend diese Energie und weiß jetzt hier nicht, was man tun und was man machen soll. Man weiß, man muss hier eine Entscheidung. Also eine Entscheidung ist sowieso festgesetzt. Die Frage ist hier jetzt eigentlich nur, ist es die richtige Entscheidung? Ist es der richtige Weg? Darum geht es hier im Endeffekt. Weißt du? Total spannend. Richtig spannend. Okay, lass uns mal weiter gucken. Mit absoluter Sicherheit. Eröffnet sich hier etwas. Das ist hier eine aufregende Situation. Also, na, wir haben hier aber auch die Sterne. Guck dir das an. Die Würfel sind gefallen. Ich soll dir sagen, die Würfel in einer, in einer, ähm, also pass mal auf. Pass mal auf, mein Schatz. Und zwar ist es hier folgendermaßen. Also, guckst du hier wirklich in Bezug auf ein Erbe, auf ein Hausverkauf, Weitervermietung, Verpachtung, was auch immer das jetzt für dich ist. Das Haus kann hier natürlich auch einen Garten repräsentieren, ja? Irgendwie Land. Güterverteilung, Güterereinigung, was auch immer das hier ist, ne? Ähm, pass mal auf. Also, Thema Bezug, Erbe, Haus, was auch immer hier los ist, ja? Hier ist eine festgesetzte Entscheidung. Diese festgesetzte Entscheidung ist im Hintergrund. Die spielt sich im Hintergrund ab. Das kriegst du hier gar nicht mit. Hier ist auch eine Zeitverzögerung drin, weil es hier irgendwelche Problematiken gab, ja? Hier gab es irgendwelche Kommunikationsprobleme und auch ein Kommunikationsfehler, ja? Das ist jetzt ganz wichtig für dich zu wissen. Und dieser Kommunikationsfehler ist im ersten Moment nicht erkannt worden, ja? Er ist recht spät erkannt worden. Diesen Fehler wird man hier korrigieren und beheben. Dementsprechend wirst du hier aber auch Post bekommen, ja? Du bekommst hier eine Art der Bestätigung von einer Behörde in Bezug auf eine, damit du hier aber auch selber eine Entscheidung treffen kannst, ja? Damit du hier selber für dich eine Entscheidung treffen kannst, um weiterzumachen. Ne? So, es geht hier nämlich um viel Geld. Das ist das eine. Und das andere, damit diese ganze stagnative Phase hier wieder in den Flow kommen kann, ja? Damit es wieder fließen kann, abfließen kann, damit dieser ganze innerliche Druck, den du ja hier schon mit dir umherträgst, ja? Den du hier schon auf deinen Schultern hast, weggehen kann. Damit das aufhört. Damit du dich erleichtern kannst. So. Nächste Variante. Du hast ein Gegenüber, der hier selber sich jetzt in dieser Energie befindet. Deswegen der Hinweis immer, guckt immer bitte darauf, in welcher Energie ihr hier seid, ja? Wenn du es jetzt hier nicht bist, dann kann es hier wirklich sein, dass es die Energie von deinem Gegenüber ist. So, dann guckt dein... Achso, guck mal, hier ist er ja schon. Hier ist er ja schon. Wo guckt er dann rein? In den Mond. Aha. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dem geht es hier nicht gut. Oh, oh, oh. Ja gut, gucke ich mir gleich an. Lege ich jetzt erstmal hier beiseite. So. Dein Gegenüber hat sich hier von einer anderen Person getrennt, ja? Diese Verbindung war sowieso... Diese Trennung, diese spirituelle Scheidung. Achso, spirituelle Scheidung. Was habe ich denn hier mit spiritueller Scheidung? Wird nicht stattfinden. Ne. Diese spirituelle Scheidung. Also... Oh Gott, oh Gott. So, pass mal auf. Ich muss mich jetzt mal hier kurz sammeln. Also. Moment. Ähm, pass mal auf. Hier ist es wie folgt. Um euch jetzt hier nicht zu verwirren, weil sonst, ne? Überträgt sich das ja auch auf euch, wenn ich mich selbst hier irgendwie verwirre. Also. Hat dein Gegenüber eine andere Person gehabt? Von der trennt man sich ja. Die Verbindung war sowieso in dem Moment nicht mehr dienlich, weil die hier eh rumgeeiert sind. Die sind nicht vorangekommen. Kein Wachstum, kein Lernpotenzial, keine Weiterentwicklung. Nee. Da haben die hier natürlich die Trennung, die Scheidung von den beiden jeweils eingeleitet, ja? Aber das ist hier irgendwie im Frieden passiert, ja? Das ist eine sehr friedvolle Trennung, irgendwie im beidseitigen Einverständnis. Also die wollten das ja auch gegenseitig. Alles gut, alles okay. Ähm. Das ist demnach auch wirklich sehr, sehr ruhig vonstatten gegangen. Die Entscheidung ihr gegenüber war festgesetzt. Es war eine beidseitige festgesetzte Entscheidung, dass man sich hier trennt. Oder scheidet. Es geht hier um eine spirituelle Anbindung. So, diese Dame oder dieser Herr war nicht der eigentliche, vorhergesehene Seelenpartner, mit dem es weitergehen soll. Das war ein karmischer Lernpartner oder Lernpartnerin. Die haben sowieso immer ein Ablaufdatum, um es mal ein bisschen, ja, blöd auszudrücken. Da ist es sowieso mal mit dem Ablaufdatum versehen. Und dieses Ablaufdatum ist sie jetzt einfach erreicht worden oder wird in Kürze erreicht werden. Ja, das dauert hier nicht mehr lange. Sie guckt ja hier schon aus dem Feld raus. So, die geht hier ihren eigenen Weg. Das ist super. Ähm. Die eigentliche, vorhergesehene Person scheinst du zu sein. Und da darf es hier auch weitergehen. Das wird auch weitergehen. Hier sind tief sitzende Gefühle. Diese Gefühle kriegt man hier nicht weg. So, es kann jetzt natürlich sein, ist es hier eine ziemlich krasse Seelenpartnerschaft. Also im Sinne von, ähm, Gefühle, die dich nicht losgelassen haben. Man wird ständig und permanent erinnert. Es hat dich nachher schon wirklich genervt. Du warst abgenervt und hast hier eine Entscheidung getroffen. Wolltest die spirituelle Scheidung einreichen oder hast darum gebeten, dass diese Verbindung zwischen dir und deinem Gegenüber aufgelöst wird, weil es hier noch eine andere Person gab, dann wird diese spirituelle Scheidung nicht stattfinden. Nein. Weil es mit dir weitergehen darf. Mit der anderen nicht. Oder dem anderen nicht. Die guckt, wie gesagt, oder er guckt hier raus aus dem Kartenblatt, ist demnach hier einfach nicht mehr präsent. Die hat im Übrigen das bekommen, was sie wollte. Mit irgendwas ist sie hier zufrieden, hat das bekommen, was sie wollte. Das kann hier wirklich um ein Haus gehen. Irgendwie irgendwas mit der Häuslichkeit. Hat sie bekommen, was sie wollte. Damit ist sie fein. Und hat sich gesagt, alles klar. Fifty-fifty. Wir haben uns das hier gerecht aufgeteilt. Ich nehme das Haus und gehe weiter. Du bekommst dann das und das. Ich kriege das Haus und gehe hier jetzt weiter. Also die ist richtig fein, die ist zufrieden, hat das bekommen, was sie wollte und geht jetzt. So, dadurch, dass sie hier jetzt geht, wird die Bahn für dich frei. Spirituelle Scheidung ist nicht eingereicht worden. Das ist eine Verbindung, die kann man nicht trennen. Die kann man nicht auflösen. Das ist hier nämlich eine Spiegelpartnerschaft. Das bedeutet, Spiegelpartner, Zwillingsseelen, ja, keine Ahnung, Dualseele. Ich habe irgendwie mal gehört, die Verbindung einer Dualseele oder Dualseeleverbindungen kann man nicht auflösen. Das geht nicht, weil zwei Seelen, ein Herz sozusagen, ja. Ja, beziehungsweise geht es auch, glaube ich, nur dann, wenn der andere Part dem zustimmt und genehmigt. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht mit aus. Hängt euch daran jetzt auch nicht fest, was ich hier sage. Jedenfalls, spirituelle Scheidung ist nicht eingereicht worden, ist nicht stattgegeben. Guckst du hier jetzt irgendwie auf einen Gerichtstermin oder so, steht hier irgendwie demnächst bald irgendwie ein Besuch beim Amt an, bei einer Behörde, macht dir keinen Kopf. Ja, hier ist der Erfolg drauf. Geht hier um Geldangelegenheiten, macht dir keinen Kopf, das wird sehr gut ausgehen, ja. Wie kommt es sowieso, also das ist auch beschützt, ja, du bist beschützt in der Angelegenheit, hab keine Angst. Du bist hier auf jeden Fall beschützt, hab keine Angst, die andere Person geht raus, spirituelle Scheidung ist nicht genehmigt worden, das kannst du vergessen. Ich habe es auch schon versucht. Ich habe es auch versucht, habe eine Fürbitte aussprechen lassen über meine Gastführerin, sie sollte zu Gott gehen. Ja, jetzt sitze ich da und lache mich eigentlich darüber schlapp, weil das eigentlich ziemlich hirnrissig ist tatsächlich, aber ist bei mir auch nicht eingetroffen, wurde nicht stattgegeben. Ja, jedenfalls, ähm, es ist eine sehr tiefsitzende Partnerschaft. So, und hier kommt eine Chance ran, hier darf auch eine neue Chance reinkommen, die Würfel sind gefallen. Deswegen ja, die Würfel in Bezug auf eine Seelenverbindung, die nicht getrennt werden kann und auch nicht getrennt wird, sind gefallen. Hier kriegst du tatsächlich ein Veto und, ähm, Jesus sagt hier, nö. Tut mir leid, ja, weil es hier irgendwie weitergehen wird, ne. Also hier liegt Potenzial aus, dass es weitergehen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir hier folgen, aber ich glaube schon, ich glaube, das ist nicht so chaotisch, ja. Chaotisch, stressig und hektisch hier wie mit einem Vögelchen. Irgendwas hat dich hier absolut gestresst, das war die Verbindung hier, die dich gestresst hat. Du willst deine Ruhe haben, hast die spirituelle Entscheidung versucht einzureichen. Wie gesagt, muss ich dir leider hier sagen, wird nicht funktionieren. Also, wahnsinnig spannend. Ich lasse es hier mal so stehen, ja. Also es wird hier irgendwie weitergehen, für den einen oder anderen wird es weitergehen. Hier die andere Dame, der andere Herr ist raus aus dem Feld. Du bist noch im Rückzug. Ja, das soll aber aufgehoben werden, mit absoluter Sicherheit, ähm, kommt hier jemand aus dem Rückzug raus. Dann kommt es hier auch wieder zur Kommunikation, ne. Ja, sehr aufregende Kommunikation, das kann dich hier wirklich ein bisschen stressen. Weil du spürst, weil du es merkst, weil du es weißt. Das ist irgendwie so eine innere Wahrheit, die sich denn da breit macht. Oder kann auch sein, dass du hier irgendwie, dass du viele Déjà-vu-Erlebnisse haben wirst. So nach dem Motto, hey, das habe ich schon mal irgendwie erlebt, es kommt mir bekannt vor, dass er sich melden wird. Dann wirst du erinnert von deinem höheren Selbst, an den Seelenplan. Ja, dass alles momentan so sein darf, wie es ist. Es ist synchron. So. Und dann geht es hier voran, dann geht es weiter. Also, mach dir keinen Kopf. Je nachdem, wie es hier auch für dich sein mag. Ähm, irgendwie wird es hier, das wird hier weiter fließen, ja. Gefühle, die ins Laufen kommen. Stagnation, die aufgehoben werden. Die ganze Angelegenheit ist beschützt. Du bist aber auch sehr spirituell. Ja, der Erfolg in den Finanzen, der liegt hier auch aus. Kann sein, dass du gerade irgendwas mit dem Finanzamt aber auch am Laufen hast. Ja, mach dir keinen Kopf. Das ist eine beschützte Angelegenheit hier, ja. Es kann sein, dass du irgendwie dich über Social Media irgendwie selbstständig machst. Oder hast es vielleicht im Kopf, in deinen Gedankengängen. Vielleicht möchtest du ja auch so Videos machen, Karten legen oder irgendwie sowas. Hast aber Angst, diesen Weg einzuleiten, weil du Angst hast vor dem Finanzamt. Mach dir keinen Kopf. Die denken sich ja da oben was dabei. Das ist eine beschützte Angelegenheit hier, ja. Das ist wirklich eine sehr beschützte Angelegenheit. Oh, das ist, glaube ich, auch mein Reading. Ich muss gleich mal gucken, ob das Kopierung kommt. Das ist hier wirklich eine Angelegenheit, da musst du keine Angst vor haben. Der Erfolg liegt drauf, aber auch der Schutz an dieser Angelegenheit. Du wirst ja auch von irgendwas ferngehalten, ne. Irgendwas soll hier nicht an dich ran. Weil es dich irgendwie stressen könnte in deiner momentanen Entscheidungsfindung. Du sollst ja auch nicht abgelenkt werden. Ah, oh, hier ist echt viel drin. Viel, viel ist hier drin. Gut, ich lasse es hier mal so stehen. Ich gucke hier jetzt noch mal. Ich möchte noch mal gucken. Ich möchte noch mal eine Karte aus dem schamanischen Traumorakel ziehen. Beziehungsweise springen lassen. Was man dir hier noch sagen möchte. Was die geistige Welt jetzt noch rausgeben will. Beobachter. Abstand und die Traumdienen. Weigerung, dem Ruf zu folgen. Also. Oh, oh, oh. Ach so, dein Gegenüber. Mann, den habe ich ja gerade voll vergessen. Ja, warte mal. Ich habe ja gerade schon gesehen, dass es ihm... Ach Mist, ich habe... Ja, jetzt habe ich das Kartendeck gemischt. Habe gesehen, dass es ihm hier irgendwie nicht so gut geht. Dass er momentan irgendwie Kummer hat. Ängste. Irgendwas drückt ihm auch ganz schön auf die Psyche. Der hat auch Träume, die ihm hier irgendwie vielleicht auch so ein bisschen beängstigen. Aber dem geht es dir irgendwie nicht gut. Der wird auch permanent an irgendetwas immer und immer wieder erinnert. Und das ist er hier jetzt. Das ist jetzt der wehklagende Baum. Oh, oh, oh. Guck dir mal hier das Gesicht an, wie man sein Leid klagt. Ja. Man möchte dich hier wissen lassen, mir geht es nicht gut. Kann auch deine eigene Energie sein, ne. Aber das ist nämlich eher nicht so wahr. So, zurück zum Thema. Beobachter, Abstand. Genau. Ich habe es ja gerade gesagt. Du wirst hier irgendwie ferngehalten von etwas, weil du kurz vor einer Entscheidung stehst. Oder stehst schon da und weißt nicht, welchen Weg du jetzt gehen sollst. So, jetzt sollst du hier Ruhe haben. Du sollst jetzt Ruhe haben, weil du eine ganz bestimmte Situation hier nochmal beobachten sollst. Reflektierst, um deine Entscheidung treffen zu können. Oder um eine Entscheidung treffen zu können. Deswegen ist hier ein Abstand wichtig. Ich habe gerade noch einen Impuls reinbekommen. Ich habe den schon wieder vergessen. Mist. Das hat hier irgendwas mit der Karte zu tun. Ich wollte es, das ist ein wichtiger Impuls gewesen. Naja, gut. Wenn er wichtig ist, dann kommt er nochmal wieder. Ach so, ja. Es kann sein, dass du dich hier momentan auch so ein bisschen, dass du ein bisschen Kummer hast und Angst hast, weil du die Verbindung zu deinem Gegenüber nicht so wirklich spürst. Das ist aber von oben so orchestriert. Ja, das soll momentan wirklich so sein, weil du davon distanziert werden sollst, damit du hier eine Entscheidung treffen kannst. Eine Entscheidung, die du hier vielleicht die ganze Zeit schon vor dich hingeschoben hast. Ja, und nun wird es an der Zeit, hier eine Entscheidung zu treffen. Ist es fake oder real, kriege ich irgendwie gerade so rein, wenn ich diese Karte sehe. Ist es real, ja oder nein? Ist es wirklich real, was da passiert ist? So das Ganze auf Seelenebene, auf spiritueller Ebene, Medialität, all das, was dazwischen mit euch beiden passiert ist, nach der Trennung, nach dem Ghosting, nach dem Kontaktabbruch, ist irgendetwas passiert, muss irgendwas passiert sein. Und du hinterfragst dich jetzt wirklich, war das Ganze wirklich real? War das real? So wie es scheint, ja, war es real. Aber hier ist irgendetwas, dass du dem Ganzen hier einfach nicht glauben kannst, weil das Vertrauen nicht da ist oder nicht ausreichend da ist und du dann dadurch natürlich verunsichert bist, weil von deinem Gegenüber auch kein Feedback bekommst. Du kriegst ja hier keine Rückmeldung. Die einzige Rückmeldung, die du bekommst, ist entweder über eine Kartenlegung, eine spirituelle Botschaft, ein jenseitiger Kontakt, was auch immer, damit man dir hier irgendeinen Impuls gibt, weil dein Gegenüber, und das ist ja hier wirklich sehr entscheidend, dir diesen Impuls nicht rausgeben kann, weil es ihm momentan echt scheiße geht. Hier, da klagt er. Mir geht es irgendwie nicht so gut hier. Wir klagen aber um Versöhnung. Ja, ja, ja. Der kommt nicht drum herum. Hier kommt jemand auch nicht drum herum. Hier irgendeine versöhnliche Geste in deine Richtung aber auch zu tun, ja. Aber es geht eigentlich ja primär um dich. Ja, du bist hier sehr präsent, du bist sehr wichtig und das ist genau auch richtig so. Okay. Also, ich lasse es hier jetzt auch mal so stehen, ja. Ich hoffe, also nicht ich hoffe, ich weiß, dass es hier für den einen oder anderen sehr, sehr hilfreich ist. Sehr hilfreich. Es ist eine sehr spezielle Legung, wird nicht jeder mit in Resonanz gehen können, das ist klar, wäre ja auch utopisch. Wenn es hier nur ein oder zwei Persönchen sind, das ist vollkommen egal. Diese Botschaft erreicht genau die Personen, die diese Botschaft hören sollen und auch dürfen. Na, seid ihr auch gespannt? Ich bin echt gespannt, ob das Kopplung gleich kommt. So. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Kopf ist leer. Welche Sternzeichen haben wir denn hier? Wir haben den Schützen. Ich gehe wieder in Resonanz. Krass. Das ist Skorpion zweite Dekade. Ja. Also, ich gehe hier jetzt mit meiner eigenen Legung aus Versehen in Resonanz. Und hier ist der Skorpion zweiter Dekade angesprochen, demnach. Also, zweiter Elfter bis elfter Elfter. So. Na gut. Schütze, Skorpion, Wassermann, Krebs, Stier, Zwilling, Löwe. Ich hoffe, wirklich, diese Legung wird die richtige erreichen. Und du konntest hier für dich eine wichtige Bestätigung vielleicht auch mitnehmen. Eine Hilfestellung, ein Impuls, irgendetwas, das dir hier wirklich ein bisschen sicher ist. Und das ist wichtig, ja. Du machst ja sowieso das, was du möchtest mit dieser Legung. Aber irgendwer wird das ja erfahren, wird das zu hören bekommen. Und das ist wichtig, ja. Lausche mal da drauf. Umgebe dich. Ja, nicht umgebe dich. Aber achte auf deine Träume. Wenn du irgendwelche Dinge um dich herum wahrnimmst, die du dir nicht erklären kannst. Also paranormale Aktivitäten eintreten. Ja, was heißt das? Wenn du dich damit nicht auskennst. Wenn du damit noch nie konfrontiert worden bist. Meistens sind es die Träume. Ja. Der Verstorbene zeigt sich und gibt dir eine ganz, ganz wichtige Botschaft raus. Oder aber. Temperaturunterschiede. Ja, plötzlich wird es kalt um dich herum. Du fühlst dich beobachtet. Man berührt dich. Du hast das Gefühl, jemand sitzt in der Nacht bei dir am Bett, streichelt dich, streichelt über dein Gesicht, über dein Haar, Dinge, die sich bewegen. Das sind alles Impulse, um auf sich aufmerksam zu machen, ja. Dann weißt du ganz genau, oder ist jemand, der deine Aufmerksamkeit braucht. Vorausgesetzt, du gehst hier mit einem Resonanz, ja. Das ist aber nichts Schlimmes. Wenn diese Botschaft an dich herangetragen wurde, wird es auch wieder aufhören, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und hoffe ja, wie gesagt, dass dir das hier wirklich sehr hilfreich ist. Ich bedanke mich für dein Einschalten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.